Wie verrückt ist das denn? Kein Spiel seit ich denken kann, hat in mir dieses Gefühl ausgelöst und zwar das Gefühl einer neuen Welt. Einer neuen Welt in Minecraft. Schon über 10 Jahre, wenn man eine neue Welt macht, hat man dieses Gefühl, meine Welt, meine Möglichkeiten und ich kann tun und lassen, was ich will. Minecraft ist ein Spiel, was unheimlich super gealtert ist und immer noch, immer noch die Menschen begeistert und immer noch jemanden dazu bewegt, eine neue Welt zu erstellen. Aber worauf müssen wir eigentlich achten, wenn wir eine neue Welt erstellen und diese möglichst lange spielen wollen, ohne dass uns wieder dieses Gefühl beschleicht, irgendwie gefällt mir die Welt nicht und ich fange eine neue an. Übrigens, wenn dir das Video gefällt, dann kannst du es gerne liken und wenn noch nicht geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren, denn wir machen hier Daily Minecraft Content. Jeden Tag ein Minecraft Video. Und worauf müssen wir jetzt eigentlich achten, wenn wir so eine neue Welt erstellen? Ja, da gibt es ein paar Punkte, die werden wir jetzt durchgehen und es sind nicht die Klassiker wie, ja du musst erst 24 Eisen sammeln für eine Rüstung oder sonstiges, sondern es geht schon viel, viel früher los. Die Welt muss dir gefallen. Punkt Nummer 1, die Welt muss dir gefallen. Wenn du eine neue Welt erstellst und du spawnst und bist auf einer Insel mitten im Meer und du denkst dir direkt, dein erster Gedanke ist, oh nein, jetzt darf ich erstmal 20 Minuten lang schwimmen, bis ich Land finde, um da dann anzufangen, dann hast du schon keinen Bock mehr. Das ist wie Hausaufgaben. Ja, du machst es nicht. Du machst es einfach nicht. Und die Welt geht dir dann schon auf den Keks. Und du verbindest mit dieser Welt sofort eine negative Emotion und du hast sofort keine Lust mehr. Also, Punkt Nummer 1, die Welt muss mir gefallen. Wenn wir eine Welt erstellen und die gefällt uns sofort oder wir sehen sofort ein Stück Landschaft, wo wir denken, geil, da kann ich das und das reinbauen. Mega gut, dann ist diese Welt doch von Anfang an direkt, sondern man hat sofort eine Verbindung zu der Welt. Und man spielt diese Welt auch viel, viel länger, als man denkt, weil man diese Anfangsemotion und Erinnerung immer wieder aufruft, wenn man diese Welt startet. Sollte euch diese Welt nicht gefallen, löscht sie, macht eine neue. Es ist einfacher, als wenn wir ewig lange rumlaufen und diese Welt damit verbinden, dass wir erstmal ewig lange rumgerannt sind. Das ist nicht so geil. Also, Punkt 1, die Welt muss dir gefallen. Punkt 2 ist ein großer Punkt und zwar die Motivation. Natürlich sind wir irgendwann alle motiviert, eine neue Welt zu machen. Weil unsere alte Welt, die langweilt uns, die ist irgendwie, seit Jahren sehe ich dieselbe Welt und so. Und ich habe irgendwie Bock auf was Neues, ich habe Bock auf Feeling und dann bin ich motiviert. Klar, die Welt haben wir erstellt, die Welt gefällt uns. Aber wie schaffen wir es eigentlich, dass diese Motivation bleibt? Und das ist ziemlich, ziemlich einfach, wenn man ein paar Regeln aus dem echten Leben übernimmt. Und als allererstes, der wichtigste aller Motivationstipps ist, wählt ein neues Biom. Wenn ihr natürlich eine neue Welt startet und ihr fangt die auch wieder im Forest-Biom an, wie die Welt davor. Und ihr baut wieder erstmal so eine kleine Waldhütte und ihr baut wieder. Dann habt ihr sofort das Gefühl, hä, das kenne ich irgendwoher. Das ist wie ein Déjà-vu. Ja, also dann braucht ihr nicht weiterspielen. Weil diese Welt wird euch recht schnell langweilen. Denn es kommt euch alles vor, als hättet ihr es schon mal gemacht und es würde sich alles wiederholen. Nehmt ein neues Biom. Weil wenn ihr ein neues Biom nehmt, dann nehmt ihr auch automatisch neue Blöcke. Geht in eine Savanne, nehmt Erkartensilienholz. Oder geht in einen Dschungel und nehmt Dschungelholz und die großen Bäume und versucht euch da irgendwie auszutoben. Aber nehmt ein neues Biom, um auch gleich automatisch neue Blöcke auszuprobieren. Ein weiterer Punkt in der Motivation ist ganz klar interessante Orte merken. Wenn ihr irgendwo vorbeikommt und ihr seht ein richtig verrücktes Gebirge, dann macht ein Screenshot mit den Koordinaten und vergesst es nicht. Weil solche Orte führen euch auch immer wieder, wie im Punkt 1, diese Emotion hervor, dass ihr denkt so, wow, Alter, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und jedes Mal, wenn ihr an diesen Ort zurückkehrt oder anfangt an diesem Ort was zu bauen, werdet ihr dieses Gefühl haben. Und das bringt die Motivation wieder auf ein neues Level. Wenn irgendwann die Motivation so ein bisschen verloren geht und ihr kommt an diesem Ort vorbei und denkt so, geil, okay, dann müsst ihr euch das merken. Weil euch dieser Ort immer wieder so einen Schub gibt. Aber nicht nur interessante Orte merken. Ihr müsst auch Ideen aufschreiben. Man hat nicht immer gleich die gesamte Minecraft-Welt im Kopf und denkt sich so, ja, so wird das aussehen am Ende und ich fange jetzt an. Und so nebenbei, das würde so ziemlich jeden, egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, überfordern. Weil die Minecraft-Welt bietet einfach unendlich viele Möglichkeiten. Aber Ideen aufschreiben. Ihr könnt ja euch einen Stift und ein Blatt nehmen und das aufschreiben. Ihr könnt das im Smartphone speichern, ihr könnt das auf eurem PC speichern oder wo auch immer ihr Minecraft spielt. Schreibt euch eure Ideen auf. Manchmal kommen euch auch Ideen, wenn ihr irgendwo unterwegs seid mit Freunden oder so. Oder wenn ihr auf der Toilette sitzt und 5 Minuten Ruhe habt. Die Ideen kommen immer mal, aber ihr vergesst sie auch wieder. Und um die eben nicht zu vergessen und die Welt motiviert zu halten, schreibt sie euch auf. Und dann arbeitet einfach eine Idee nach der anderen ab. Und ihr werdet sehen, eure Welt wird automatisch anders aussehen, weil ihr nehmt ein neues Biom, neue Blöcke und neue Ideen, die ihr einfach so ineinander baut. Und es gibt so eine Entwicklung eurer Welt. Und nicht von vornherein so, okay hier Dorf. Und das ist unheimlich wichtig für die Motivation. Also Punkt 2. Die Motivation aufrechterhalten. Der dritte Punkt ist einfach ein Klassiker. Wir haben, wenn wir eine neue Welt erstellen, circa 10 Minuten, bis das Übel beginnt. Die Sonne wird in circa 10 Minuten nach Weltstart untergehen. Und dann kommen die Monster. Und wir sind noch am Anfang des Spiels. Wir haben die neue Welt gerade gestartet. Wir sind furchtbar motiviert und wir haben keine Lust jetzt von Zombies und Skeletten durch die Gegend geschubst und gehauen und geschossen zu werden und zu sterben. Da hat keiner Lust drauf. Deswegen brauchen wir ein Bett. Und für ein Bett brauchen wir was? Wir brauchen 3 Wolle und 3 Holz. Das ist eigentlich recht simpel. Schafe findet man fast überall. Eigentlich findet man Schafe so ziemlich überall. Ihr braucht nur 3 mal dieselbe Farbe. Und wenn ihr 3 mal dieselbe Farbe habt, könnt ihr natürlich mit 3 Wolle und 3 Holz ein Bett machen. Aber meistens kommt es vor, dass man ein schwarzes Schaf hat und 2 weiße oder ein graues und 2 schwarze Schafe. Und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Weil dann bekommt man das Bett nicht in den ersten 10 Minuten zusammen. Außer ihr nehmt einfach Blumen. Blumen findest du überall. Und es muss kein Blumenbiom sein. Es können einfach nur gerade 3 Sonnenblumen sein. Dann könnt ihr gelbe Farbe draus machen. Denn jede Blume in Minecraft ist eine Farbe zum Färben. Also gar kein Problem. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr die Schafe einfach umboxt. Ja, es sind Tiere. Und ja, ihr mögt Tiere. Aber seid doch mal realistisch. Es ist ein Spiel. Diese Tiere sind eigentlich nur Nullen und Einsen in irgendeiner Computersprache. Also die 3 Schafe könnt ihr ruhig mal kurz umlatzen. Gebt den Schafen einen liebgemeinten Klaps auf den Hintern und nehmt euch die Wolle. Punkt Nummer 4 ist so ziemlich, ja, der randomste Punkt, den wir hier haben. Weil Nahrung. Man kann verhungern in Minecraft. Wer hätte es gedacht. Das ist ein Survival-Spiel. Ein Sandbox-Survival-Game. Aber das Ding ist einfach, das Bett ist wichtiger als Nahrung. Weil am Anfang hält unsere Nahrung erstmal ein bisschen. Wir müssen am Anfang nicht rumsprinten und springen wie ein Beklopter. Wir können einfach gemütlich gehen. Dann hält die Nahrung noch länger. Und die Nahrung reicht locker den ersten Tag und die erste Nacht. Nahrung entscheidet darüber, ob eure Welt schnell geht oder langsam geht. Das klingt erstmal komisch, ich weiß. Aber es geht darum, dass wenn wir mit der Nahrung strugglen, wenn wir Probleme haben, Nahrung zu beschaffen oder uns zu sättigen, dann fangen wir an, dass wir irgendwie so rumdümpeln. Wir machen ein bisschen was, dann müssen wir wieder auf Nahrungssuche gehen. Dann geht uns schon wieder die Nahrung aus. Wir müssen wieder auf Nahrungssuche gehen. Wir müssen gucken, nicht so viel sprinten, nicht so viel dies, nicht so viel jenes. Also wir werden im Prinzip immer wieder ausgebremst durch die Nahrung. Und das ist halt richtig, richtig frustrierend. Im Übrigen glaube ich, dass die Nahrung, dieses ständige Essen, die meisten Leute von Survival-Spielen abhält. Weil es sie einfach nervt, dass man einen ganzen Kuchen verdrückt und fünf Minuten später wieder Hunger hat. Damit wir dieses Problem nicht haben, müssen wir natürlich erstmal für Nahrung sorgen. Bären, Süßbeeren, die wachsen unheimlich schnell und die sind super easy zu sammeln und anzupflanzen. Natürlich ist es ein bisschen anstrengend, ein bisschen zeitaufwendig, wenn man immer rumrennt und nachher ein Meer an Bärenbüschen aberntet und dann das Ganze isst. Weil das bringt immer nur eine Nahrung, also eine Hungerkeule. Das ist so ein bisschen anstrengend. Aber für den Anfang ist es super, weil du hast keine Nahrungsprobleme mehr. Diese Bärenbüsche wachsen mehrfach an einem Tag. Also ich kann mehrfach Bären sammeln an einem Busch an einem Tag. Und im Übrigen, Bären sind echt lecker. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir das Nahrungsproblem erstmal gelöst haben für den Anfang. Sind Bären aber keine Optionen, weil man eben keinen Fichtenwald oder Gebirgsbiom in der Nähe hat, dann muss man natürlich gucken, Tiere. Tiere sind super schnell für Nahrung geeignet. Aber ich rate euch, lasst zwei übrig. Lasst zwei Kühe übrig oder zwei Hühner übrig oder zwei Schweine oder zwei Schafe, weil wir die später vermehren können. Und dann haben wir natürlich erst recht kein Nahrungsproblem mehr. Im besten Fall habt ihr sofort drei Kühe vor Ort, dann bekommt ihr einmal Steak, zwei könnt ihr vermehren und das ist super, super easy. Okay, 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 so weit, so gut. Aber es gibt noch einen viel, viel einfacheren Weg, wenn ihr überhaupt nicht die Herausforderung sucht. Wenn ihr sagt so, nö, ich will nicht survivalen und das Problem der Nahrung haben, mit dem Bett haben, Monster kommen nachts und so weiter. Ich möchte wirklich ganz easy einfach anfangen, eine Welt aufzubauen. Villager-Dörfer beherbergen schon alles. Da sind Felder angelegt für Nahrung, da sind ein Haufen Betten, da sind ein paar Dorfbewohner, mit denen ihr schon hin und her handeln könnt, die ihr später und im Late-Game sowieso braucht, was mega gut ist. Am besten schubst ihr die alle in ihre Häuser und baut die ein oder macht da Türen vor oder so, damit die safe nachts sind und ihr die nicht verliert oder die abhauen, weil Zombies die einfach irgendwo und nirgendwo jagen. Aber ein Dorf zu finden ist der absolut einfachste Start und auch die absolut einfachste Motivation. Denn wenn ihr es noch nie gemacht habt, dann startet eine Welt, sucht ein Dorf, die man im Übrigen sehr einfach findet, weil mittlerweile gibt es die zu Mast, diese Dörfer. Und wenn ihr so ein Dorf gefunden habt, dann lasst euch da nieder und fangt einfach an, das Dorf umzubauen. Ein Dorf bietet schon die Grundstruktur von allem. Ihr habt Häuser, Betten, Nahrung, schon eine Dorfstruktur. Da rennt ein Eisengolem rum, der euch beschützt. Da spawnen Katzen, die Creeper verjagen. Da ihr habt eigentlich den absolut perfekten Start und als Thema oder wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt oder so, baut dieses Dorf um. Aber Punkt 5, der einfachste Start ist ein Villager-Dorf zu nehmen. Punkt Nummer 6 und damit der Extrapunkt ist Projekt für Projekt und nicht 100 Baustellen auf einmal. Ich selber bin so ein Kandidat, der 1000 Ideen hat, 1000 Baustellen aufmacht und so die Motivation verliert, weil man einfach, man sieht kein Ende. Man sieht es nicht, weil einfach mehr Baustellen da sind, als man überhaupt abarbeiten kann. Und man fühlt sich erschlagen von der Menge an Ideen, die man hat und der Menge, die man noch bauen möchte oder irgendwann so das Gefühl aufkommt, man bauen muss. Aber macht Projekt für Projekt. Das waren meine 6 Punkte, wie man eine neue Welt am besten startet und auch am besten beibehält. Und wenn du noch Punkte hast und sagst, das ist ein absoluter Muss für eine neue Welt, dann schreib es mir doch in die Kommentare. Und wenn du schon was in die Kommentare geschrieben hast, dann kannst du auch den Kanal gerne kostenlos abonnieren und Teil von Team Lars WP werden. Ich bin für diese Folge raus. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit V. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.